Der Klimawandel treibt die Menschen in die Flucht. Die Welt ist bedroht. Dagegen waren der Erste und Zweite Weltkrieg ein Kindergeburtstag. Nun sind wir an dem Punkt, an dem jede Regierung an ihre Grenzen gehen muss. Sie müssen Geld auf den Tisch legen. Und in Paris ein Abkommen unterschreiben. Find the right resources. Sit in Paris and sign an agreement.